Und wo ist das Bier? Hat sie noch? Herzlichen Glückwunsch, Leon. Letzte Woche in London. Super Jungs, geht! Alter! Hopp, 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 hopp! Auf geht's, komm! Gut Jan! Hopp, hopp, hopp! Super Robert! Was ist los? Er ist nicht an deinem Hinterrad. Wärst du nicht an deinem Hinterrad? Hansi, sollt ihr doch nicht an seinem Hinterrad fahren? Ich kann ihm das vorher Bescheid sagen. Ich bin da vorne, oder? Aber dann passen sie immer wieder an mir vorbei, um dann auszuschleppen. Ich weiß nicht, was mit hier los ist, aber ich bin ganz heiß drauf. Kein Fernsehen. Beim Ausdruck wird hier nicht gefilmt. Ach so, äh, schade. Da fahr ich gegen diese kleine Kante, gegen die letzte Kante beim Sand. Voll einfach lecker. Bei der komische Rasenkante. Ja. Ja. Weil er so tief ausgeht. Scheiße! Ja. 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 Ja, das war so. Ja. 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 Gut, Beni. Schön dranbleiben. Gut, Silke. Ja, das sieht gut aus. Links fahren, genau. Fingura Ostina. Sieht gut aus, Tina. Sieht gut aus, Tina. Tina Striehl. Fahr doch. Du kannst auf die Strecke. Jetzt noch mal rum. Hast du meine Hotpans? 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 Hotpans oder Hotpans? Ich glaube, jetzt brauchst du die nicht mehr anziehen. Ja. Sehr schön. Oh, alter Schwede. Aber wenn Frank schon wieder hinten starten musste, weiß ich auch nicht. So macht man das. So nicht. Jawohl, neuer. Komm. Schön. Großmanni und so. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wie ist das hier? Ich habe das hier mal als Beweismaterial gefilmt, ne? Für was? Ja, für meine Akten. Das letzte Runde schon für dich? Nee, ich glaube nicht. Du musst es jetzt aber auch richtig machen. Komm, hopp, hopp, hopp. Walde. Super. Sieht gut aus. Ja, weiter. Bisschen dann. So, Frank. Jetzt mal ran da. Und vorbei. So, wenn du jetzt. So, wenn du jetzt. So, wenn du jetzt. So, wenn du jetzt. Super Jens. Super Ron. Komm Hane. Auf geht's! Tori, super! Sieben Sekunden, Jens, super! Komm, Arne, zieh! Toddi, Chef ist knapp hinter dir! Auf geht's, Ron! Sehr schön! Ich hab Platten! Komm, Toddi! Sieht sehr gut aus! Außenfahren geht vielleicht schneller, Jens! Aber sieht gut aus! Super, Jens! Sieht sehr gut aus, Ron! Jetzt überholen! Sauber! Sieht gut aus, Arne! So nah, kannst du nicht wieder nach vorne! Sehr schön, Toddi! Sieht schneller als einige andere hier! Sauber, Jens! Sauber, Jens, der Vorsprung bleibt! Komm, Klaus! Komm, Ron, treten, treten, treten! Sieht gut aus! Sehr schön! Komm, Arne, Chef ist in Sichtweite! Sauber, Jens! Sauber, Jens! Wir haben ihn in der Hand laufen lassen! Super! Oh je, je! Komm, Arne! Chef ist nicht weit weg! Komm, Ron! Arne, komm von hinten! Zauber Jens! Hey, Sie sind aber gar nicht im Rennen! Irgendwelche letzten Worte, bevor du umfällst? Ich hasse diese Strecke! Tun wir alle! Und ihr seid ja noch die Weicheilvariante geworden! Ja, aber der Frank hat es wieder richtig erkannt, als er gesagt hat, nicht aufgeben zu können. Genau, es gibt immer ein paar Leute, die vorher umkippen. Ich dachte, es kommt noch eine Runde, ne? Ich dachte, es kommt noch eine Runde. Ich dachte, es kommt noch eine Runde. Ich dachte, es kommt noch eine Runde. Ich dachte, es kommt noch eine Runde.